Arthrose, ein Gelenkverschleiß mit einem hohen Schmerzpotenzial. Die Knie- und Hüftarthrose zählen zu den häufigsten Formen. Es sind meistens Entzündungsreaktionen, die zu chronischen Schmerzen aufgrund der Arthrose führen. Wenn die Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, geht es meistens zu operativen Möglichkeiten über, um die Einschränkungen, die durch den Entzündungsschmerz auftreten, in den Griff zu bekommen. Mit einer Schmerztherapie für zu Hause ist jetzt Linderung in Aussicht. Ein kleines medizinisches Gerät bringt nun Hoffnung, diesen Schmerz in den Griff zu bekommen. Seit mehr als einem Jahrzehnt beschäftigt sich ein deutsches Unternehmen mit der Schmerztherapie auf Frequenzbasis. Diese Medizingeräte einer weltbekannten Marke werden bei Ärzten und Therapeuten eingesetzt. Nicht neu, sondern bewährt und erprobt ist die Schmerztherapie auf Frequenzebene. Bereits Nikola Tesla hat es erkannt, Frequenzen können unser Leben beeinflussen und damit zur Linderung, aber auch zur Heilung beitragen. Betroffene sprechen von fast unerwarteten Erfolgen, die durch diese Frequenztechnologie erzielt wurden. Jetzt ist die Frequenztechnologie mobil geworden. Auf kleinstem Raum ist es möglich, durch den Einsatz eines Quantensensors und mit der Technik eines ganz normalen Smartphones diese Schmerztherapie auch von zu Hause aus, mobil, vom Arbeitsplatz, aber auch beim täglichen Sport anzuwenden. Keine Eingrenzungen mehr und kein stundenlanges Warten in den überfüllten Wartezimmern. Die Frequenztechnologie kennt man aus vielen unterschiedlichsten Anwendungen. Therapeuten, Ärzte, aber auch Profisportler haben die Möglichkeit erkannt. Wenn Gelenksbelastungen, aber auch die tägliche Bewegung zur Belastung werden, dann gibt es jetzt eine spezielle Frequenztherapie, die auf die Linderung der Schmerzen ausgelegt ist. Und das ist nur eines von 120 Therapieprogrammen, die dieses kleine zertifizierte medizinische Wearable leistet. Weitere Informationen über die 120 Therapieprogramme bitte anfordern.